Hallo liebe Leute, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Sondersendung mit mir, Charles-Maurice Fleischauer, und mit Dr. Mark Fiedeke zum Thema Biedermann-Protokoll, die Bezüge zum Thema Mind Control, Techniken der Macht, die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage und was das alles zu bedeuten hat und wie man das auch aus hypnotherapeutischer Sicht interpretieren kann und wie wir diese Dinge sehen. Ja, und für die unter euch, die diese Sendung nicht auf meinem Kanal Geheimnisvolle Geschichte sehen, sondern auf dem Kanal von Dr. Fiedeke, stelle ich mich einmal vor. Mein Name ist Charles-Maurice Fleischauer. Ich habe hier, also habe auch einen eigenen Kanal. Wie gesagt, da geht es viel um historische und gesellschaftliche Themen, aber auch immer um den Bereich Psychotherapie und Hypnotherapie. Genau, schaut doch einfach mal rein. Und die unter euch, die mich schon kennen, die wissen ja auch Bescheid. Und da würde ich jetzt mal das Wort an meinen Kollegen, an Dr. Mark Fiedeke geben, weitergeben. Ja, schönen guten Abend kann ich heute mal sagen. Und ja, danke Maurice für deine Initiative, dass wir das hier heute machen. Finde ich eine super Idee. Wir kennen uns ja noch nicht so lange, aber haben ja festgestellt, dass wir in ähnlichen Bereichen unterwegs sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir ist durch einen Link, einen Post vor, ich weiß nicht, drei Wochen, dieses Biedermann-Protokoll auf die Füße gefallen. Und ich war fasziniert, beziehungsweise eigentlich erschrocken und habe gedacht, okay, es ist einerseits, glaube ich, wichtig, dass wir das, was im Moment so passiert, uns immer mal wieder auf so einer Vogelperspektive angucken und da anders drauf gucken. Und andererseits habe ich so ein bisschen gezögert dazu, irgendwas zu machen, ein Video, weil es natürlich auch wieder so eine, es hat natürlich auch wieder so eine düstere Perspektive. Aber ich glaube, das ist unser beider Anliegen, dass wir, dass wir das so verarbeiten wollen, im Sinne einer Bewusstmachung. Und ich denke, dem Drama ins Auge gucken ist ja immer der erste Schritt. Und das alleine hilft schon. Und ja, da möchte ich einfach auch mal kurz den Einstieg machen. Was ist dieses so gemeinte Biedermann-Protokoll? Also Herr Biedermann war in den 50er Jahren ein Soziologe. Manche schreiben Soziologe, manche schreiben Psychologe. Und er hat ein Paper entworfen, was aus so Mind-Control-Programmen entstanden ist. Es geht dabei um Techniken der Nötigung des Zwangs und der Wahrnehmungsprogrammierung. Also letzten Endes auch Methoden, die menschliche Psyche zu brechen und schlichtweg einfach auch Folter zu betreiben. Das ist so das ursprüngliche Protokoll. Und wenn man das jetzt sich anguckt, er hat dann sieben Punkte oder es wurden sieben Punkte rausgegriffen, um die, also so im Kern für diese, diese, diese Geschichte stehen. Und da wollen wir uns jetzt mal so Stück für Stück so ein bisschen durch, durch wuseln. Vorläufer für diese, oder das ist letzten Endes auch ein Teil, weiß nicht, viele haben vielleicht schon davon gehört, MK-Ultra. Das war auch ein Programm in den USA in den 50er und 60er Jahren im Geheimen, wo man eben auch Mind-Control, Gehirnwäsche und weiteres betrieben hat mit verschiedensten Methoden, unter anderem auch mit Medikamenten, aber auch eben Dingen, die hier genannt werden. Und das Spannende, also es ist für mich so ein bisschen der Bogen, wenn wir gucken, ja was haben wir denn hier, wo haben wir denn Folter? Wir leben doch ganz normal, dass man sich wirklich mal anguckt, was möglicherweise einfach ein ganz anderer Kern in dem ist, was wir, was wir im Moment hier erleben. Sozusagen, was wir so im Alltag, in der Alltagsvariante von, von, von diesen Konzepten erleben. Und dann landen wir natürlich auch bei vielen anderen Dingen nicht. Da wirst du nachher auch noch drauf eingehen. Es gibt da noch andere Perspektiven. Da sprechen wir nachher noch drüber. Um jetzt mal auf diese sieben Punkte einzugehen. Es gibt da den ersten Punkt, das ist schlichtweg die Isolation. Das wissen wir, das kann man mit Gefangenen machen. Das Schlimmste, was man da machen kann, ist sozusagen die Einzelhaft. Und was passiert, wenn wir Leute isolieren? Das ist ja das, was wir auf eine bestimmte Art und Weise im Moment tatsächlich auch erleben. Die soziale Unterstützung fällt weg. Und wenn diese wegfällt, dann passiert nämlich eins, dass wir einfach die Fähigkeit auch zum Widerstand verlieren. Das, wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf das, was wir im Moment erleben, das zum Beispiel, jetzt du wirst dazu auch gleich was sagen, aber mir fällt dazu ein, was passiert denn bei den Demonstrationen? Es wird ja alles verboten und es wird auf allen Ebenen dafür gesorgt, dass die Leute einfach vereinzelt sind, dass sie zu Hause hocken, dass sie ihren Abstand halten. Also diese, ich sag mal, virtuelle Einzelhaft wird ja massiv vorangetrieben und halt also einfach weniger Kontakt, auch wenn wir das jetzt, wie wir das jetzt hier machen, über digitale Medien machen. Aber es kommt natürlich, andere Wahrnehmungskanäle kommen natürlich eindeutig zu kurz. Und jetzt gibt es noch einen anderen Punkt. Was passiert dann, wenn wir so auf uns zurückgeworfen werden? Wir müssen uns mit mehr, müssen uns einfach mehr mit, wir setzen uns automatisch mehr mit uns auseinander. Wir fangen an zu grübeln, nicht? Wir kreisen mehr um uns selbst. Und ich kenne viele Leute, denen das einfach auch so geht, selbst wenn die hier und da engagiert sind. Und wozu kann das wiederum führen? Dass man durch diese Grübelei einfach ein schlechtes Selbstbild entwickelt und dass man, dass man tendenziell die Schuld für, ja, letzten Endes Alles sich selbst auflädt oder zuschreibt. Und das ist also ein Element, was dann auf alle Fälle zu vermehrter Gehorsamkeit und auch letzten Endes Unterwerfung führt. Wenn man es jetzt gerade sich auch mal vorstellt, wenn man sich jetzt ein Knast vorstellt und vorstellt, was passiert, wenn du jemanden in die Einzelzelle steckst. Und das ist natürlich die Hardcore-Variante, aber wir erleben jetzt sozusagen die Version Light. Das wäre der erste Punkt. Ja, absolut. Ich finde deine ganzen Ausführungen super interessant. Und bevor ich jetzt auch näher darauf eingehen möchte, da möchte ich noch auch so voranstellen, wir arbeiten ja beide mit Hypnotherapie. Und du als Allgemeinmediziner, ich in Anführungsstrichen nur auf Grundlage des Heilpraktikergesetzes, aber die therapeutische Arbeit ist ja dieselbe. Und wir benutzen da ja gewisse Techniken, die wir gelernt haben, die wir uns angeeignet haben, um Menschen auf Heilungsprozessen zu begleiten, auf einer Reise zu sich selbst und etwas Positives, Heilsames zu bewirken. Und wenn man sich dann solche Sachen anschaut, wie dieses Biedermann-Protokoll und dann im Hinterkopf hat, das haben Soziologen, Psychologen, Psychiater entwickelt, Menschen, die wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht auch einen ähnlichen Wissenshintergrund hatten über die menschliche Psyche, wie wir es jetzt haben, und dann diese Konzepte entwickelt haben, zu diesen Negativauswirkungen und zur Macht ausüben, also das genaue Gegenteil von einer heilsamen Arbeit, dann finde ich das so eigentlich echt beängstigend, man könnte auch sagen erschütternd. Und finde auch da ist so diese Aufklärungsarbeit, wie wir sie jetzt auch vorhaben und mit diesem Video so notwendig, dass ja auch Menschen, die jetzt nicht so ganz in der Materie drin sind, diese Mechanismen einmal durchschauen und dass sie immer deutlich gemacht werden. Und die Isolation ist natürlich auch erstmal so eine Grundlage, ich würde schon sagen Basis jeder Machttechnik, soziale Gefüge zerschlagen, ein System vereinzeln. Und wenn man sich dann ja auch diesen Faktor überlegt, dass wir in einer neoliberalen Wirtschaftsordnung leben, letztlich dieser extreme entartete Liberalismus, der ideologische Überbau unter anderem ist, der zu diesen Verhältnissen geführt hat, dann finde ich es ja auch so interessant, weil der Liberalismus immer ja auch auf eine Individualisierung abzielt, letztlich. Und das Individuum immer mehr von allen möglichen Attributen befreien möchte, von seinem Sozialgefüge, seinem kulturellen Hintergrund und so weiter und so fort. Und in dieser immer weiter pervertierten Form, finde ich, stehen dann solche Herrschaftstechniken, vielleicht noch nicht an letzter Stelle, aber es geht so in diese Richtung zur Konsolidierung dann so einer absoluten Macht über die Menschen. Ja, und da wirst du ja vielleicht auch nochmal weiter darauf eingehen, also der Neoliberalismus als Machtinstrument. Und was ich hier jetzt wichtig finde, grundsätzlich bei diesen Dingen, ich sage mal, was heißt Problem in Anführungszeichen? Die Sache ist ja die, dass viele Menschen, die meisten, sich gar nicht vorstellen können, wie böse Menschen eigentlich ticken können oder denken können. Das heißt, es braucht ja schon, ich sage jetzt mal so, ich will das jetzt nicht so im Telegram-Stil satanische Komponenten, aber man braucht ja schon wirklich absolut bösartige, hintergründige Ansätze, um diese Sachen tun zu können. Und das, was wir hier erleben, ist ja nicht einfach nur, also wenn wir mal die sogenannten Mikrobenmaßnahmen nehmen, dann haben wir hier nicht irgendwelche Maßnahmen, sondern ich würde das mal anders behandeln. Wir haben Behandlungsmethoden. Das sind Methoden. Das ist eine Behandlung. Menschen werden auf eine bestimmte Art und Weise behandelt. Das ist nicht irgendwie eine Maßnahme, die jetzt irgendwie durch irgendwie, weil das jetzt Sachzwänge gibt oder so, sondern es ist tatsächlich eine Behandlung, eine Methode. Ja, ich gehe mal zum zweiten Punkt. Ist das okay? Ja, ja, absolut. Ja, der zweite Punkt, Überschrift ist Monopolisierung der Wahrnehmung. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Da müssen wir nur angucken, wie die Medien ticken. Also wir haben nur noch einen engen Kanal, Interpretations- und Bedeutungskanal, den wir von morgens bis abends um die Ohren kriegen. Und dann ist es einfach so, dazu gehört dann auch, da sind wir schon wieder im Grunde im Bereich Propaganda. Man muss die Lüge nur oft genug wiederholen, bis sie zur Wahrheit wird oder bis man sie als Wahrheit annimmt. Und das ist eine gewaltige Macht eben so und das spricht eben für sich. Willst du da noch was zu ergänzen? Ja, dieser Faktor, die Unwahrheit immer zu wiederholen, bis sie zur Wahrheit wird, das ist ja auch so interessant, weil, na klar, das ist eine philosophische Frage, objektive Wahrheit, subjektive Wahrheit. Aber eins ist Fakt, es gibt eine öffentliche Wahrnehmung, eine Art öffentliche Wahrheit. Und die wird natürlich über gewisse Instrumente den Menschen vermittelt. Und das sind in unserer Gesellschaft die Massenmedien, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Und man kann schon wirklich eigentlich gar nicht mehr von einer Berichterstattung sprechen. Man muss wirklich schon von einer permanenten Propaganda sprechen. Nicht so plump natürlich wie Nordkorea, wo dann irgendwie die Parolen aus so Lautsprechern den ganzen Tag dudeln, sondern natürlich viel filigraner, viel weiterentwickelter. Aber die meisten Menschen ahnen gar nicht, was sie da tagtäglich ausgesetzt sind und wie sie auch, man nennt das dann ja, geframed werden, gewissen Narrativen unterworfen werden, so wie jetzt diesem Pandemie-Narrativ. Und da werden dann halt, wie gesagt, diese Behandlungsmethoden, wie du es so schön gesagt hast, dann als Maßnahmen verkauft. Und das finde ich einfach so hochgefährlich, weil tatsächlich die, ich weiß gar nicht, ob es Naivität ist oder vielleicht ist es auch einfach die Gutmütigkeit doch der großen Herde. Ja, leider hat sie sich als oft in vieler Hinsicht als Schafsherde entpuppt. Ja, diese Gutmütigkeit dieser Herde, wenn das die einfach so schamlos ausgenutzt wird. Und dass derjenige, der dann eigentlich die Gefahr erkennt und Feuer ruft, als Brandstifter dann behandelt wird. Und dieser Faktor halt auch einfach, wie du es auch gesagt hast, viele Leute können sich gar nicht vorstellen, wie, ich sage es mal ganz einfach, wie böse manche sind. Auch gerade manche, die viel Macht in den Händen halten, symbolisch. Ja, das ist für mich auch immer wieder erstaunlich. Aber wir wissen ja auch aus der Psychologie, es gibt Phänomene wie Persönlichkeitsstörungen, es gibt psychopathische Charaktere beispielsweise. Das ist einfach so. Es gibt Narzissmus, das sind menschliche Phänomene. Und natürlich sind die auch bei Machteliten gegeben. Und ich gehe auch stark davon aus, im gar nicht so geringen Ausmaß. Und dann wird es auch, finde ich, einfacher verständlich, woran es liegen kann, dass manche Menschen sich einfach nur immer weiter bereichern möchten und ihre Macht immer weiter ausbauen möchten, koste es, was es wolle. Ja, das ist natürlich ein Riesenfass und wir werden da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr eintauchen. Aber mir fällt gerade auf zum Stichwort eintauchen. Hier hinten hängt so eine Skizze, die habe ich mal gemacht. Ich habe mal in 2019 den Toastmaser Rede Club mal besucht, um einfach meine Rede Hämmung zu überwinden. Und das ist das berühmte Eisbergmodell. Und hier steht, das kann man vielleicht nicht lesen, da steht also das Unbewusste, also das, was unter Wasser ist, das ist ja das, was durch diese Maßnahmen im positiven oder negativen Sinne, also wir mit Hypnose und aber dann eben auch die Propaganda, die bösartige Einflussnahme wirkt. Hier steht Erreichbarkeit eben indirekt. Und das ist eben das Problem, dass, also dieses, worüber wir jetzt hier gerade sprechen, das wird ja sozusagen inhaliert, das wird ja eingeatmet. Und indem wir jetzt hier drüber sprechen, hat man die Chance, dass man das irgendwie ein bisschen an die Oberfläche kriegt, also ein bisschen bewusster kriegt, diese Faktoren. Also das nur mal an dieser Stelle eingeflochten. Ich finde das immer ganz schön, dass man sich das zwischendurch mal wieder klar macht, das sehe ich auch mal bei meinen Patienten, dass diese, wir denken ja immer, wir sind so bewusst und wir können alles Regeln steuern, das können wir eben nicht. Weil wir haben den riesen 95% und mehr den Block, der läuft unter der Oberfläche ab. Da gibt es die ganzen Autopiloten und sonst noch was. Und da dringen eben diese ganzen Geschichten auch hin und ein. Und es ist eben, ja, nicht so einfach, wie man sich das so immer denkt. Ja, kommen wir zum dritten Punkt, induzierte Erschöpfung und Bekräftung. Und da werden so ein paar Begriffe benannt, da kommst du wahrscheinlich auch noch drauf. Also dass einfach die geistige und körperliche Widerstandsfähigkeit auch verringert wird. Und ich habe viele Patienten, die das sagen, die einfach fertig sind, die das nicht mehr aushalten. Zum Beispiel dadurch, dass einfach Ängste geschürt werden. Wir werden ja, also das wissen wir ja, also dieses Narrativ, wie du sagst, nicht? Und die ganzen Konsequenzen, die dann eingeleitet werden daraus, die sogenannten Maßnahmen. Es geht ja alles vorne, hinten, rechts und links nur immer um über die Ängste und über ständige Unsicherheit, die da produziert wird. Man weiß ja, man hat eigentlich, also wir haben de facto einfach überhaupt nichts mehr, woran wir uns festhalten können. Wir können uns nicht an der Maske festhalten, wir können uns nicht an der Impfung festhalten, wir können uns an gar nichts mehr im Moment festhalten. Und dann gibt es auch dieses Hoffnungslosigkeit inkursiert, dass die Nahrungs-, die Lieferketten zusammenbrechen, dass die Regale irgendwann leer sind und dass man auch einfach keine Perspektive mehr hat. So, wir können nicht reisen, du kannst nur dies und jenes. Das heißt, aber es wird dieses Gefühl für irgendwie, oh Mensch, ich habe eine Vision. Ich kann einfach schlichtweg auch mal wieder was tun, was mir gut tut, dass ich ins Theater gehen kann, mich amüsieren kann und alles, was wir sonst eben machen, also was einfach auch Spaß macht, da hat man uns die Beine unten weggezogen und da ist also keine Sicherheit und keine Stabilität mehr, gar nichts mehr. Und was kommt raus? Ja, das schwächt, es schwächt uns alle. Und was passiert, wenn wir geschwächt sind? Ist auch klar, wir werden anfälliger, wir werden psychisch vielleicht krank, wir werden körperlich krank. Und es wird also genau das Gegenteil erreicht in dieser inneren Dauerstress-Situation, was man ja eigentlich vorgründig durch diese Maßnahmen bewirken will. Ja, und dann noch ein Punkt dazu, was ja auch zu dieser, zu dieser, was einfach auch in Kräften ist, dass dieses ständige Ändern irgendwelcher Regeln, ja, also die Spielregeln werden ja ständig geändert und das macht nur eins, das ist übrigens auch, wie da kommst du dann auf dem Mausfeld, Verwirrung. Und Verwirrung schwächt. Ja. Also ich finde auch diesen Punkt eben halt diese induzierte Entkräftung, Erschöpfung und dieses Erzeugen von Verwirrungszuständen ganz interessant. Mich hat das an verschiedene Dinge erinnert. Zum einen hat mich das an etwas erinnert, die Älteren von uns kennen es zum großen Teil, die jüngeren Generationen nicht, weil die Wehrpflicht ausgesetzt ist. Aber wer mal bei der Bundeswehr war, der muss da, wenn er anfängt, etwas durchlaufen, das nennt man erstmal allgemeine Grundausbildung. Das ist in jeder Armee der Welt natürlich so. Wenn du zum Militär kommst, machst du erstmal die Grundausbildung. Und das ganze Militär und vor allem dann auch eben in der Grundausbildung ist ja eine Institution, die darauf abzielt, erstmal ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, wildes Individuum, was dorthin kommt, zu zähmen und zu disziplinieren. Da lernt man dann erstmal Disziplin und sich in diese Ordnung, die militärische Ordnung einzufügen. Und vieles, was im letzten Jahr passiert ist, was die Politik uns, ich sag es mal ganz bewusst, angetan hat, das erinnert mich so ein bisschen an Methoden, die ich aus der Grundausbildung kenne. Und auch beim Militär ist es so, dass natürlich auch die Rekruten werden einer permanenten Erschöpfung ausgesetzt und Dauerstress und so weiter und so fort. Und all das zielt dazu ab, sie zu konditionieren und ihnen eine Disziplin einzuflößen und sie zu Rädchen zu machen, die dann im militärischen Gefüge funktionieren. Jetzt ist das bei der Bundeswehr ja nicht mit einer bösen Absicht, sondern anders kann eine Armee nicht funktionieren und ich will das, ich führe das gar nicht an, um das jetzt so zu verurteilen. Nur daran erinnert es mich unter anderem. Und dann gibt es noch so einen anderen Punkt. Während meiner Ausbildung beispielsweise in der Hypnotherapie habe ich eine Technik, eine Induktionstechnik kennengelernt, das fand ich sehr interessant, die nennt sich Konfusionsinduktion. Und ich will das mal ganz kurz so erklären für unsere Zuschauer, es ist, in der Hypnose arbeitet man ja mit diesem veränderten Zustand, Bewusstseinszustand der Trance und den muss man erst mal induzieren, da muss man den Klienten oder Patienten erst mal hinbringen. In der Klassiker für so eine Trance-Induktion, das kennen wir alles dann irgendwie so, sag ich mal, das Pendel oder die Fingerbewegung. Aber es gibt auch eine Methode, durch Konfusion Trance zu erzeugen, indem man dem Klienten einfache Rechenaufgaben gibt, einfache Denkaufgaben, dann das Tempo aber erhöht und der Patient versucht mit geschlossenen Augen, denen zu folgen, das umzusetzen und ist irgendwann überfordert. Und ohne es zu merken, durch diese Überforderung schalten gewisse Instanzen im Bewusstsein ab und er gerät in eine leichte Trance. Und in der Therapie ist das ja völlig harmlos. Man macht das dann ja, um heilsame Suggestionen zu geben, wenn man mit Suggestionen arbeitet und kann natürlich auch eher analytisch arbeiten, aber wenn, gibt man heilsame Suggestionen. Nur was bei uns passiert seit einem Jahr, wir werden eben halt in diesen Konfusionszustand gebracht, auch durch dieses mediale Trommelfeuer und diese ganzen widersprüchlichen Nachrichten und dann, ja, dann ist es gefährlich, dann ist es weniger gefährlich, dann sind die Kinder betroffen, dann doch nicht, dann die Alten, dann dies, dann das. Ich will gar nicht jetzt konkret im Detail darauf eingehen, aber wir haben es ja alle erlebt. Und das sorgt dafür, dass die Masse, die das empfängt, die ganze Zeit geistig damit beschäftigt ist und überfordert. Ganz klar, das geht uns allen so. Und letzten Endes, ohne es zu merken, sinken wir in eine leichte Trance, die uns empfänglich macht, dann aber nicht für heilsame Induktionen, sondern im Sinne dieser Behandlung, Marc, von der du gesprochen hast, von nicht heilsamen Induktionen, also von Ängsten, die geschürt werden und von Dingen, die uns dann gezielt auch entkräften und schwächen. Und genau wie du es ausgeführt hast, die dann letztens, letztlich über die psychosomatische Wirkung unserer Immunsystem schwächen. Erst dazu führen, dass wir, dass wir auch anfällig sind, dann für Infekte und solche Dinge. Also so sehe ich es zumindest. Ich bin zwar kein Mediziner, habe mich vielleicht jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, dass ich da auch aus medizinischer Sicht nicht allzu weit, mich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe, um es mal so zu sagen. Oder wie siehst du das? Also kurz auf das Letzte, was du gesagt hast. Natürlich ist das so. Das ist ja, das wissen wir alle, das Immunsystem. Wir brauchen Kontakt, wir brauchen Nähe, wir brauchen auch ganz biologisch den Kontakt, indem wir die Keime uns gegenseitig zuspielen und uns dadurch stärken, nicht schwächen und so weiter. Das ist selbstverständlich. Und das andere, was du gesagt hast, das fand ich gut, wie du es eben formuliert, zusammengefasst hast, die ganzen einzelnen widersprüchlichen Elemente, die wir um die Ohren kriegen. Und das hat ja Mausfeld auch so schön beschrieben. Ich habe ja im September auch am Jungfernstich eine Rede gehalten und da habe ich auch den Mausfeld mal mit eingebaut. Und ich fand es ganz spannend, dass Neoliberalismus ja auch diese Strategie tatsächlich auch fährt. Und das ist nämlich einfach die Verwirrung. Das ist eine Strategie, eine ganz vorsätzliche. Und wir kriegen Worthülsen und Begrifflichkeiten um die Ohren geschmissen, die überhaupt nicht richtig definiert sind. Tests oder Inzidenzwerte oder diese ganzen begrifflichen, diese unsäglichen Begriffe wie Fall oder die Zahlen. Das sind einfach nur noch leere Hülsen, die da irgendwie reingestellt werden ohne irgendeinen Zusammenhang. Und du hast es genau ja schon auf den Punkt gewartet, es ist eine einzige Überforderung. Das kann kein Mensch nachvollziehen. Das ist unmöglich. Und das ist ja auch genauso gewollt. Also eine wirkliche detaillierte Erläuterung oder Aufklärung über die einzelnen Aspekte ist, wissen wir, wird regelmäßig runtergemacht oder solche Sachen werden halt gelöscht und dann ist es weg. Ja. Und genau, so ist es. Das schwächt. Also insofern kann man sagen, Aufklärung stärkt. Ja, ja. Aufklärung, ja. Ja, ich würde halt eben auch sagen, durch diesen Verwirrungszustand werden Menschen geschwächt und empfänglich eben über eine Art Verwirrungstrance, eine Konfusionstrance eben für negative Suggestionen. Und wo du das auch nochmal zur Sprachkraft hast mit dem Neoliberalismus, mit der Herrschaftstechnik. Wenn wir das mal ganz konkret angucken, ja, wo kommt denn diese ganze Verwirrung her? Ja, das kommt vom Staat, das kommt von gewissen Instituten, das kommt über Medien. Ja, wir haben eine Vielzahl an Medien, aber da gibt es auch Untersuchungen zu und Texte. Also das haben Leute schon mal nachgeforscht, wenn man dann guckt. Letzten Endes haben wir eigentlich eine Art Medienkartell, die ganzen Zeitungen, Printmedien und Film und Co. Das gehört einigen wenigen sehr wohlhabenden Familien. Das sind dann am Ende gar nicht so viele Akteure, das will ich damit sagen, die eigentlich das so in die Welt tragen. Ja, weil man ja manchmal auch sagen könnte, weil man ein bisschen naiv ist, ja, mein Gott, es gibt doch so viele Zeitungen, klar, schreiben die alle was anderes und widersprüchlich. Ja, aber es gibt nicht so viele Inhaber dieser Institutionen, wenn man da mal weit genug immer dann nach oben forscht. Und die koordinieren sich natürlich auch mit den höheren Etagen der Politik. Und insofern denke ich, kann man sehr zutreffend eben halt von so einer Herrschaftstechnik oder Behandlungstechnik in diesem Fall sprechen. Ein ganz gewollt herbeigeführtes Chaos. Klar, also die Medienkontrolle, die Transatlantikbrücke und so diese ganzen Kräfte, diese Monopolisierung. Also oben, wie du es sagst, oben wird es reingefüttert und deswegen muss man sich auch nichts vormachen, wenn du irgend so eine Provinzzeitung hast und dann denkst, oh, das ist doch eine lokale Zeitung, vergiss es. Das ist alles angeschlossen an den Obengroßen, den Einfülltrichter und da gibt es eigentlich kaum Spielräume. Im Moment gibt es ja vielleicht, es gibt ja ein paar Zeitungen, die sich da ein bisschen jetzt mehr öffnen, aber da wäre ich auch mal vorsichtig, wie weit das auch ein Spiel ist. Ja, vielleicht gehen wir erstmal zum nächsten Punkt. Dann sind wir bei dem Punkt Bedrohungen. Also das kultiviert Ängste, Verzweiflung. Also wenn wir nicht das machen, wenn wir uns nicht an die Regeln halten, dann kriegen wir ein Bußgeldbescheid, dann was weiß ich, dann kriegen wir dieses, dann kriegen wir jenes. Und das wird ja ziemlich rigide auch wirklich transportiert. Also die Leute haben ja wirklich Schiss davor. Jetzt nehmen wir mal mich, was die Durchsuchung vor jetzt mittlerweile fünf Wochen, glaube ich, Praxis- und Hausdurchsuchung wegen angeblicher Ausstellung von Falschattesten oder Zweier. Das ist ja dann der Vorwurf gewesen. Mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen, aber das muss man nicht erlebt haben. Und das Ziel ist natürlich, ein Signal zu setzen an vor allem erstmal auch Kollegen, aber auch alle anderen. Also Drohgebärde auffahren, Angst machen und ja. Ja klar. Also ich meine, es ist ja auch so, also für die unter euch, die vielleicht jetzt über meinen Kanal die Sendung schauen, Marc hat dazu auch ein Video auf seinem Kanal gemacht, wo es um diese Praxis- und Hausdurchsuchung geht. Also es ist schon wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, bedrohlich, was da passiert ist. Und es denke ich, ist meine persönliche Meinung, soll auch eine abschreckende Wirkung für andere haben. Auch ich hätte mich fragen können, natürlich, oh, möchtest du jetzt ausgerechnet mit diesem Mann ein Video zusammen machen? Vielleicht kommst auch du dann ja in einen gewissen Fokus. Nur ist halt meine Einstellung da, die des Widerstands, gerade dann, jetzt erst recht. Das ist die sogenannte Kontaktkontamination, ne? Heißt das nicht so? Genau. Und ich finde es umso wichtiger, gerade jetzt weiterzumachen und auch gegen, gut, ich will mich jetzt nicht zu laufenden Verfahren da irgendwie so äußern natürlich, aber zur Anschuldigung, die dann da von so einem System gegen Individuen aufgefahren werden, sich auch zur Wehr zu setzen. Und eben mit den Mitteln des Geistes und mit dem Schwert der Wahrheit. Und sowas zu machen, wie wir es jetzt tun, aufklären, nachdenken, Gedanken teilen und unsere Zuschauer, unsere Freunde, die das sehen, anzuregen, selber nachzudenken, selber nachzuforschen. Und eigene Narrative entwickeln mit, bediene dich deines eigenen Verstandes, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, wie Kant es schon gesagt hat. Ja, genau. Und vielleicht, weil das auch so meine, letzten Endes meine Grundhaltung schon immer war. Ich habe schon immer, ich sage nicht, dass ich immer, Querdenker ist ein Wort, das hatte ich vorher nicht benutzt. Und das hat jetzt ja, ist ja belegt, aber ich würde mal sagen, ich war schon immer ein Querkopf. Ich war schon als Student, habe ich anders getickt und habe mich immer gefragt, wann fängt denn eigentlich das Medizinstudium mal an? Und weil ich irgendwie die entscheidenden Inhalte vermisst habe. Ja, aber, genau. Und das ist jetzt aber auch so, dass trotz dieser Maßnahmen, sage ich mir einfach mal so, was du gesagt hast, einfach eine Klarheit zu kriegen. Es geht mir erstaunlich gut zurzeit, trotz dieser Dinge. Und es hat eigentlich auch die Klarheit gefördert, dass ich, ich sage es jetzt nur mal so ganz abstrakt, dass ich mich, was mein Tun betrifft, davon nicht abschrecken lasse. Also bei mir funktioniert es nicht, weil ich einfach tief weiß, das ist einfach ein Gefühl für die Wahrheit. Diese Dinge zu tun, wenn sie Hand und Fuß haben, sind in Ordnung, absolut. Und da kann der Staat rotieren, wie er möchte. Aber, ja, so ist das. Und noch vielleicht, bevor wir weitergehen, ich meine auch eine persönliche Anekdote. Ich hatte jetzt gerade gestern, hatte ich hier einen Techniker im Haus, der bei mir, also über die Hausverwaltung, von einer Firma, der was repariert hat, mit dem habe ich mich noch ein bisschen unterhalten. Und der hat die Dinge auch alle sehr kritisch gesehen und ich war sehr positiv überrascht. Und dann hat er mir aber auch gesagt, ja, da kann ich auf der Arbeit mit meinen Kollegen nicht drüber sprechen. Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Ja, also so zum Beispiel, also viele, die die Dinge auch kritisch sehen oder sich selbst Fragen stellen, sind eben, da haben wir diesen Punkt Bedrohung, diesem Bedrohungsszenario ausgesetzt, soziale Ächtung, wirtschaftliche Sanktionen, ganz Jobs verlieren und so weiter und so fort. Und bei vielen wirkt es. Es ist nicht jetzt jeder, so wie wir, und stellt sich vor eine Kamera und stellt das ins Internet. Das ist klar, ja. Und das ist ja, das ist mein Alltagsgeschäft, das erlebe ich ja. Ich habe ja jeden Tag mehrere Patienten und höre viel hier und dort. Und auch jenseits der Arbeit, es ist einfach so, dass diese, das ist ja auch ein Instrument zu spalten. Das ist ja auch nicht Zufall, sondern das ist ja auch alles genauso gewollt von, tja, es gibt Leute, die sagen, wir wären in einer Diktatur. Manche meinen, wir sind erst auf dem Wege dahin. Das kann jetzt jeder sich selbst überlegen. Aber de facto haben wir ja, also das wissen wir einfach hier auch, das ist ja einfach die Gesetzeslage, die wir seit März letzten Jahres haben. Wir haben ja diesen Ausnahmezustand und in diesen diffus und nicht wirklich geregelten Bereichen, wie zum Beispiel auch das Maskentragen. Da gab es übrigens, ach so, das als Hinweis mal, gestern gab es eine Pressekonferenz von Ärzten und Anwälten für Aufklärung in Hamburg. Ist auf Ovalmedia, kann ich nur empfehlen. Da geht es um genau diese Themen, all dieses Theater mit der Maskengeschichte und der, 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 der Macht des Staates und so weiter. Und wie sind die Ärzte da eigentlich eingebettet und wie soll das eigentlich funktionieren? Ist sehr interessant, weil eben Ärzte, Anwälte und andere zu Wort kommen. Fällt mir gerade noch ein dazu. Ein wichtiger Baustein, glaube ich, einfach auch, das in die Welt zu bringen. Naja, zu den Masken will ich später auch noch was sagen, aber vielleicht gehen wir jetzt mal mit dem Biedermann-Protokoll weiter. Genau. So, dann kommt ein interessanter Punkt. Ich habe vorhin gehört, ich habe das noch nicht überprüfen können, weil das erst vor einer Stunde war, dass angeblich die Friseure, die jetzt ja diese Woche geöffnet hatten in Hamburg, dass die jetzt nächste Woche schon wieder schließen müssen. Und da sind wir nämlich genau, wenn wir das mal als Strategie und als Methode nehmen, wir sind ja genau bei dem fünften Punkt, nämlich gelegentliche Zugeständnisse machen, weil wir im Frühjahr uns so angestrengt haben. Und dann könnt ihr im Sommer euch ein bisschen freier bewegen. Da dürft ihr ab und zu mal baden gehen. Ja, so, wenn ihr euch eben an die Maßnahmen haltet, dann dürft ihr auch ein bisschen, vielleicht dürft ihr Weihnachten doch ein bisschen feiern. Ach nee, und dann eigentlich doch nicht wieder. Und so weiter und so fort. Also dieses ewige Hin und Her ist eine ganz klare Strategie. Das ist Zuckerbrot und Peitsche letzten Endes. Immer dann wieder so ein paar kleine Bröckchen, aber das sind ja nicht mehr als Bröckchen. Da wird dann gerade das Versinken in kompletter Hoffnungslosigkeit und Resignation, das wird gerade wieder, dann kriegt das dann wieder so ein bisschen so einen kleinen Aufhören, so ein ganz bisschen. Und dann werden die Zügel wieder angezogen. Es erinnert mich auch spontan, ich hatte ja vorhin schon ein bisschen mal das Thema Persönlichkeitsstörung angeschnitten. Es erinnert mich an narzisstischen Missbrauch und auch um die destruktive Dynamik in so Co-Abhängigkeitsverhältnissen. Wenn wir uns das mal so einfach vorstellen, nicht wie ein Pärchen, das jetzt eine destruktive Beziehung führt, aber sagen wir mal, es gibt eine gewisse Beziehung einer Herrschaftskaste zum Volk. Und diese Herrschaftskaste, sage ich mal, ist der narzisstische Akteur. Und das Volk, das sie es mit sich machen lässt, offensichtlich ist der Co-Abhängige, wenn man so will. Ist natürlich ein Vereinfachungsbild, mit dem ich jetzt arbeite, aber da ist es dann ja auch so, so weit, sage ich mal, quälen, bis der andere, bis das Volk vielleicht dann gehen will, aufsteht, das problematisiert. Und dann wieder Zuckerbrot und zurück huvern, zurückholen und so gehen diese Psychospielchen, diese Dynamiken, ob sie jetzt bewusst oder unbewusst ablaufen, die gehen so ihren Gang. Und ich weiß, der Vergleich mag an mancher Stelle hinken, er kam aber spontan nicht. Und so ganz unpassend ist er, glaube ich, nicht. Und es hat ja auch was Perfides. Es ist ja in doppelter Hinsicht auch perfide. Wenn wir dann so denken, dann waren wir alle letztes Jahr ganz brav, dann durfte man ein bisschen in Urlaub. Und dann kommt aber das Narrativ, ja, weil die ja im Urlaub waren, jetzt ist es ja wieder ganz schlimm, jetzt müssen ja wieder alle bestraft werden. Oder dann im Winter sind es die bösen Rodler im Harz. Also da fasst man sich ja manchmal als geistig gesunder Mensch wirklich an den Kopf. Was für Narrative da durch diese Medien, wenn man sie überhaupt noch so nennt kann, transportiert werden. Und was für Suggestionen damit gesetzt werden und wie gespalten wird und gegeneinander gehetzt wird. Ja, man kann vielleicht zu dem Punkt auch noch, habe ich gerade so gedacht, vielleicht auch noch mit reinnehmen. Es gibt ja teilweise die Bild-Zeitung oder was war das, die, weiß ich, die Welt, oder auch andere Blätter, wo so ein bisschen kritische Stimmen dann mal durchkommen. Da kann man ja auch sich überlegen, ob das Strategie ist, dass man dann mal so ein bisschen, so ein bisschen Wahrheit, mal so ein bisschen durchwädelt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Genau. Ja? Ja. Das ist die Demütigung, der Erniedrigung oder schlichtweg einfach die Demonstration von all Macht. Also da sind wir wieder bei dem Punkt Strafen auf unsinnige, im Wesentlichen unsinnige Maßnahmen. Und eben, das haben wir auch schon gesagt, dass die Leute ausgegrenzt werden, die anders denken, diffamiert werden oder mit harten Strafen belegt werden. Und das verringert natürlich auch die Bereitschaft zum Widerstand. Ich fahre jetzt nach Kassel, darf ich ja sagen, ist ja nicht verboten, morgen. Und das ist ja wieder dasselbe Spielchen, es wird verboten, es wird wieder erlaubt, es wird verboten, es wird erlaubt und so weiter. Und man weiß nicht, man kennt ja diese Bilder. Also das heißt, dass das abgeschreckt werden soll einfach so und die Leute den Mut verlieren, sich zu zeigen. Das ist ja auch nur ein Teil, also dass man was mit dem man tun kann. Und die Folge ist halt, dass man sich dann wieder, dass man sich letztendlich doch unterwirft und alles schön brav macht. Und das sind ja schon so Reflexe, wenn man einfach guckt, in einer Straße wie zum Beispiel Grindelallee, wo die Praxis ist oder auch hier, laufen viele Leute mit Maske auf der Straße rum und das muss man da nicht. Also das sind dann einfach schon die Reflexe und so einfach diese, also diese, ich sag mal, das ist ja eigentlich doch ein Instinkt oder natürliches Reflex, dass man den Maulkorb da nicht haben will. Ja, das will man nicht. So, und das ist aber schon so tief gegangen, dass die Leute, also dass sozusagen das System, das Unbewusste der Körper einfach diesen natürlichen Widerstand einfach schon aufgegeben hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich echt ein Wohlfühlteil ist, so rumzulaufen, glaube ich nicht. Nein, ich denke, ein großer Teil, der glaubt einfach, dass Pandemienarrativ, der ist wirklich in diesen Ängsten gefangen und angesprochen und ein anderer Teil leistet reflexartigen Gehorsam, wie die paffelhoffschen Hunde, die konditioniert sind, auf gewisse Reize zu reagieren. So, ja, wird man dann hier, reagieren die Leute schon ganz automatisch auf all diese Reize, die durch dieses Straf- und Drohszenario um sie herum aufgebaut sind. Und es findet auch meiner Meinung nach eine ziemlich perfide Verdrehung auch von Werten statt, wenn ich so überlege, wer dann keine Maske trägt. Und wir reden jetzt ja auch von Leuten eben aus gesundheitlichen Gründen, die das nicht tragen können. Aber dann hört man doch so oft im öffentlichen Diskurs, die seien dann unsolidarisch. Und wo ich ja immer denke, wie solidarisch ist es denn, sich einem in den faschistoide abdriftenden Systemen anzubiedern? Welche Solidarität bringt denn das eigentlich zum Ausdruck? Also wie auch schon so ein gesundes Sozialempfinden irgendwie mehr und mehr in diesem ganzen Sumpf pervertiert. Das finde ich auch immer wieder erschreckend. Ja, du hast es richtig gesagt, es wird ja völlig pervertiert. Aber das ist ja auch klar, der Begriff Solidarität ist zum politischen Instrument degeneriert. Das ist völlig missbraucht worden, der Begriff. Und ja, so wie Arbeit macht frei oder ähnliche Geschichten. Also oder Impfen ist Liebe oder Antifa-Parole oder Impfen macht frei und was weiß ich nicht alles. Also das ist ja das Problem. Es sind nur noch Parolen und es ist, ja genau, aber wer ist eigentlich der Ausgegrenzte und so weiter. Also schwieriges Kapitel. Absolut schwierig. Achso, eins zum Thema Demütigung und Erniedrigung noch. Wir haben, ich weiß nicht, das ist vielleicht den meisten nicht so bewusst, aber durch dieses Infektionsschutzgesetz, beziehungsweise durch die epidemische Lage nationaler Tragweite, also aus dem März haben wir ja die, also der Schutz der Wohnung wurde aufgehoben. Das ist, ich glaube, das ist nicht so in den Köpfen drin, nicht mehr so, nicht? Aber das ist de facto ja so. Das ist sozusagen ausgehebelt. Und ich glaube aber, dass das eben, siehe hier, dass das sehr wohl, weil das wurde ja auch irgendwann mal kommuniziert, dass das sehr wohl unterschwellig auch so infiltriert sozusagen, nicht? Und was macht denn das? Ich meine, wenn du deiner Wohnung nicht mehr sicher bist, und das wissen wir doch, dass dann die Polizei auf einmal kommt und kommt in die Häuser und kontrolliert da irgendwie was. Das haben wir ja alles auch x-mal gehört. Oder jetzt solche Durchsuchungsgeschichten. Das ist eine unglaubliche Erniedrigung und Demütigung. Absolut, vor allem, es ist auch die Negierung des Privaten. Wenn wir das mal so ein bisschen, sage ich mal, sozio-philosophisch betrachten, das Private als etwas, als ein Abstraktum, das ist ja eine ganz essentielle Institution für jede gesunde, funktionierende Gesellschaft, dass es den privaten Raum gibt, dass das Private geschützt ist. Und indem das aufgehoben wird und der Staat dort eingreifen kann, wann auch immer er will, dadurch haben wir letztlich auch wieder diesen Weg zum absoluten Staat. Und das hatten wir schon mal, zur absoluten Öffentlichkeit, wo das Individuum zum einen dieser totalen Vereinzelung unterworfen ist. Das ist ja so das Interessante dieser Herrschaftstechnik. Erst wird man vereinzelt, man wird aus seinem Sozialgefüge isoliert, die Familienstrukturen werden demontiert, religiöse Strukturen werden demontiert, alles was Menschen bindet, bis man diese vereinzelten atomisierten Individuen hat. Und dann werden sie wiederum in ein Kollektiv gleichgeschaltet. Und dieses Kollektiv lässt sich steuern. Und das ist letztlich ein bisschen überspitzt gesagt eine Art Ameisenstaat, wo wir mit Drohnen degradiert werden. Und diese Entwicklung ist gefährlich, weil sie auch in der Geschichte schon stattgefunden hat und immer wieder mit millionenfachem Tod endete. Jetzt will ich nicht den Teufel an die Wand malen und ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Aber wir müssen uns dessen mal klar werden, auf welche Reise wir hier gerade sind, in welche Richtung eigentlich der Zug fährt. Und ob wir nicht abspringen wollen oder vielleicht mal die Notbremse betätigen möchten. Ja, dazu gibt es nochmal, das ist einfach nochmal zu ergänzen, wir sind ja in einem Krieg, wir sind in einem hybriden Krieg. Und wir werden die Trümmer irgendwann vor uns liegen haben. Das ist so. Und da kommen wir, aber das möchte ich an der Stelle vielleicht nochmal kurz einflechten, weil wir kommen ja gleich zum siebten Punkt. Und wir müssen einfach auch damit leben, dass wir unterschiedliche Bewusstseinslevels haben unter den Menschen. Das ist so. Deswegen, das Problem ist ja immer, dass wir auch, was wir hier jetzt machen, es bleibt ja zum großen Teil in der Blase. Und wir werden wahrscheinlich ein paar Menschen erreichen, aber wir können auch nur die Menschen erreichen, die überhaupt schon auf so einem Level sind, dass sie überhaupt eine Frage haben. Ja, so, das ist eben das große, aber auch eine Wahrheit, die wir sehen müssen. Und neulich sagte mal jemand, ja, wenn ich mit andersartigen, andersartig denkenden Menschen, wahrnehmenden Menschen rede, dann kann ich sie nur erreichen. Das fand ich ganz spannend, das hat mich zum Nachdenken gebracht, dann kann ich sie nur erreichen, wenn ich ihnen Sicherheit gebe im Gespräch. Das heißt, das ist dieses, ich muss sie da abholen, wo sie sind. Ohne Wenn und Aber. Und dann kann man gucken, ob man irgendwie vielleicht da eine gewisse Bewegung reinkriegen kann. Aber es ist tatsächlich so, alles andere kann man knicken. Also wir haben unterschiedliche Stufen, auf denen die Leute unterwegs sind und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und das ist nicht nur ein Phänomen der Angst, das ist nochmal eine andere Nummer. Ich finde es ja auch interessant, du hattest eben gerade gesagt, wir befinden uns in einem hybriden Krieg und dem stimme ich ganz sogar zu. Und da gibt es ja auch so ein interessantes Zitat von Warren Buffett. Warren Buffett ist ja dieser amerikanische Multimilliardär, Star-Investor. Und der hat mal gesagt, wir befinden uns in einem Krieg global, die Reichen gegen die Armen. Und es sieht so aus, dass wir gewinnen. Wir waren in seinem Fall, waren die Reichen. Ist einer der reichsten Männer der Welt. Und was es noch so interessant macht, er ist ein ganz großer Anteilseigner in der Bill- und Melinda-Gates-Foundation. Also ich sage nur so, diese mächtigen Leute, das ist auch nicht immer so, dass die ihre Ideen alle nur verheimlichen, sondern manche Sachen werden ja auch ganz öffentlich gesagt. Das fiel mir noch spontan darauf ein. Was auch noch so ein Faktor ist, das wollte ich heute auch noch unbedingt mit reinbringen, durch diese ganzen Ängste, die geschürt werden, die Verwirrung, die Zerrüttung. Ich hatte schon gesagt, dadurch wird man ja auch empfänglicher dann für Suggestionen. Aber es ist, es gibt noch so einen Faktor. Der Mensch, zumindest so fasse auch ich die menschliche Psyche auf, ist, um es mal sehr einfach zu sagen, aufgebaut wäre ein Baum mit diesen Ringen, wo verschiedene Jahres-Wieso-Jahresringe, so wächst auch der menschliche Geist. Und im Kern, da haben wir natürlich unsere frühkindlichen Erfahrungsmuster, Wahrnehmungsmuster, Persönlichkeitsanteile, wenn man so will. Und dann gibt es aus der Psychoanalyse diesen Begriff der Regression, dass man durch Trauma zum Beispiel, oder wenn man dann getriggert wird, regrediert in frühere Stadien der geistigen Entwicklung. Und diese Mechanismen, die kennen natürlich auch Leute, die sich mit Mind Control befassen, mit Herrschaftstechniken. Und die versuchen auch ganz gezielt über diesem Weg, die Masse letztlich zu einer Art Regression zu bewegen. Oder tun das ganz einfach durch das Schüren dieser Ängste. Wir reagieren dann praktisch, vielleicht nicht mit unserem Reptilienhirn, aber wir reagieren auf viele Dinge ganz automatisch, und das geht allen Menschen so, mit Persönlichkeitsanteilen, die aus der frühen Kindheit stammen, kindlich. Und da kann man uns ganz leicht steuern, wenn man das schafft. Wenn man diese Mechanismen kennt und ganz gezielt damit arbeitet. Und die absolute Pervertierung dann auch, ist es schon, wenn dann eine Kanzlerin, der Name ich hier gar nicht nennen möchte, als Mutti betitelt wird. Da sieht man schon diese Tendenz. Die Herrschaftskaste wird dann als Mutti-Figur schon von der in die Kindrolle getriebenen Masse wahrgenommen. Und so werden wir gesteuert. Und das war mir auch nochmal wichtig, das heute auch mal so anzuführen. Was sind deine Gedanken dazu, zu diesem Thema Regression? Ja, unbedingt. Ich bin auch ein Anhänger der Idee, dass wir eigentlich, die wenigsten Menschen sind eigentlich wirklich erwachsen, sondern wir sind eigentlich groß gewordene Kinder. Also das ist jetzt nochmal vielleicht so ein Grundzustand, weil zum Erwachsensein gehört ja, dass man, naja, auch mal über die Dinge einfach nachdenkt, also ein gewisses Bewusstsein-Level erreicht hat. Und dann kann es natürlich auch nochmal rückwärts gehen. Und ich habe vorhin eingangs auch schon gedacht, also rückwärts gehen im Sinne des Regidierens. Also dass man auf eine frühere, jüngere Seinsstufe fühlen, Wahrnehmungsdenkstufe zurückgeht, die eben noch nicht so entwickelt ist. Und vorhin dachte ich auch nochmal, dieser Begriff Herde ist ja auch so ein ominöses Geschichte. Der taucht ja auf einerseits bei den Schafen, wobei man da eben, ich finde das mittlerweile würde ich das ehrlich gesagt so gerne nicht mehr benutzen, weil es ein bisschen despektierlich ist. Weil wenn wir über solche Mechanismen sprechen, dann wissen wir ja auch, dass es so biologische, archaische Prinzipien gibt. Also es gibt den Herdentrieb. Und man will sich der Masse zugehörig fühlen. Man will dazugehören. Das ist ein Ding, das vermischt sich mit diesen anderen Geschichten. Das ist ja auch so ein, du hast Repilien hierhin gesagt, also so ein ganz biologisches Basic irgendwie. Das dient natürlich dem Überleben. Das ist klar. Das hat ja auch eine biologische Funktion. Wenn man sich absondert, wenn man anders denkt und sich rausnimmt und so weiter, wenn das alle tun, dann haben wir die selbstgewählte Isolierung sozusagen. Wobei sich dann natürlich wieder neue Gruppen finden. Aber ich finde dieser Begriff Herde, das ist auch, da könnte man wahrscheinlich ein eigenes Video drüber machen. Herdentrieb, auch diese sogenannte Herdenimmunität, da wird ja auch gespielt. Kein Mensch weiß, was das eigentlich wirklich ist. So ich sage mal aus dem Bauch, aus dem Instinkt heraus, sagt man, ja okay, gibt es. Kann ich nachvollziehen. Ist doch klar. Aber es wird dann ja auch wieder verdreht und pervertiert und infrage gestellt. Gibt es gar nicht und so weiter und so fort. Also das ist schon auch spannend. Also wir sind, wir bewegen uns in diesen Feldern zwischen, also dieses ganze Kontinuum, Individualisierung im positiven Sinne und dann versinken in der tumpen Masse so irgendwie. Und irgendwie so in diesem Spannungsfeld. und dann noch die Bewusstheitsstufe oder auch nicht bis zur Registrierung, wobei das hat ja nicht immer alles nur mit Intellekt zu tun. Also ich meine mit Bewusstseinsstufe, da spielt ja auch Intuition, Instinkt und so weiter. Ich habe immer oft gesagt, ja wir haben heute unseren Instinkt und unsere Intuition abgewirkt. Also beziehungsweise wurde uns auch abtrainiert. So und wir sind auf dem besten Wege dahin, dass das auch wieder passiert. So ja, das fällt mir dazu noch ein. Ja klar, das muss man schon sehen. Die Regression ist keine intellektuelle. Also man kann ein sehr intelligenter und gebildeter Mensch sein und trotzdem schaffen es diese Techniken, uns auf dieser emotionalen, seelischen Seite anzusprechen. Und dort findet die Regression statt. Wir regredieren emotional und reagieren dann emotional wie ein Kind. Während der Verstand, das kann hochakademisch sein und so weiter und so fort. Das eine schließt das andere in keinster Weise aus. Ich habe jetzt selber ein bisschen den Überblick verloren. Hatte das an welchem Punkt beim Biedermann-Protokoll? Wir waren bei Demütigung, Erniedrigung und wir waren über die Privatsphäre und Verlust der Privatsphäre sind wir letzten Endes jetzt da gesandet. Ja, jetzt gibt es den siebten Punkt, der wird hier genannt. In dem einen Ding, das ist abhängig machen, das haben wir eigentlich schon gehabt. Also Gehorsamkeit, Unterwerfung und so weiter ist ja das, worauf es hinausläuft. Es gibt ja von diesem Biedermann-Protokoll auch verschiedene Varianten, die so kursieren. Ja, das sind ja nur einzelne Punkte. Ich wollte aber sagen, eins fand ich, das fand ich so spannend, dieses Erzwingen trivialer Forderungen. Darauf wollte ich jetzt auch hinaus, genau. Weil die Trivia, also ich habe, da wird man, vielleicht werden mir viele nicht zustimmen, viele Zuschauer, aber für mich ist das Masken tragen trivial. Es ist einfach deshalb trivial, weil es ja nicht wirklich, es ist nicht hoch, gerade es gibt ja Evidenzstufen der Evidenz, habe ich gestern gelernt in dem Video. Und die Studien, die die Wirksamkeit der Masken belegen sollen, haben ein niedrigeres Evidenzniveau als die, die die Wirksamkeit oder in Frage stellen beziehungsweise möglicherweise die Schädlichkeit sogar eher betonen. Das ist ganz spannend. Also insofern ist das einfach trivial. Und vieles, was uns um die Ohren geschmissen wird, weil es einfach hohl ist, weil es nicht wirklich differenziert ist, ist trivial. Also wir sollen irgendwelchen trivialen Dingern, wir sollen eine idiotische 1,50 Abstandsgeschichte machen oder wir sollen dies oder ich wurde, ich bin das erste Mal seit einem Jahr wieder in Ottensen gewesen und wunderte mich, dass die alle mit Masken da rumliefen in der Ottenser Hauptstraße hier in Hamburg. Und dann war mir natürlich klar, also ich bin da auch naiv. Das ist also so eine sogenannte Maskenzwangsstraße gewesen. Und dann bin ich da durchgelaufen und dachte, du gehst da jetzt durch, weil ich bin ja befreit, Masken, Maulkorb befreit. Und am Ende, 50 Meter bevor dann diese Meile zu Ende war, ein Polizist, ja und das will ich jetzt nicht im Detail, aber das war dann, das hatte wirklich einfach nur so diese Blockwart und diese Machtgeschichte da. Und es wurde die Macht demonstriert. Und es wurde, also das ist, also das ist eine unsägliche Behandlung, einfach Behandlung so, die dann, die da dann einfach stattfindet. Und es wurde dann akzeptiert, also ich wurde nicht verhaftet, zum Glück. Ich wurde zum Friseur und da war es dann auch sehr nett. Das war dann ein, ja, aber es ist, also sorry, es ist, ich finde es einfach nur lächerlich. Also wenn man das mal wirklich differenziert anguckt. Für mich ist es trivial. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Ja, mich hat das, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte in diesem ganzen Biedermann-Protokoll, dass man diese trivialen Forderungen erzwingt. Das ist nämlich echte Disziplinierung. Klar, große Gesetze, ja, also wir sind ja alle in einem, als Zivilisten, als Bürger, in einem Rechtsstaat, in einem gewissen Maße diszipliniert. Ist ja klar. Große Sachen, du sollst niemanden umbringen, du sollst nicht besoffen Auto fahren, du sollst nicht stehlen. Diese Regeln sind ja klar, das wird ja auch kein denkender Mensch hinter, also jetzt in Frage, stellen. Aber dass man jetzt anfängt, wie du schon gesagt hast, diese sinnlosen, absurden Dingen, Kleinigkeiten zu fordern. Weil da dringt die Macht dann wirklich ganz dicht an einen ran. Da, da ist halt mal diese Permanentüberwachung. Da muss man ja immer drüber nachdenken dann, ja, ah, wann greift die Regel wieder? Wann muss ich mich an die Regel halten? Habe ich mich dran gehalten? Kann ich mich dran halten? Habe ich die Maske vielleicht zu Hause vergessen? Man ist damit ja auch im Denken die ganze Zeit beschäftigt. Eben wie gesagt, andere große Sachen wie, ich soll nicht als Brandstifter rumrennen, da müssen wir nicht täglich drüber nachdenken. Das ist klar für uns alle. Machen wir halt nicht, wollen wir auch nicht. Aber jetzt kommen diese Sachen, die gegen unseren Willen sind, gegen unsere Instinkte. Und wir werden permanent im Kopf damit beschäftigt. Auch das wiederum führt zu dieser Konfusionstrunz. Auch das blockiert Kapazitäten. Ja, in derselben Zeit könnten wir uns auch mit heilsamen Dingen beschäftigen. Wir könnten uns mit Liebe beschäftigen, mit Freundschaft, mit unserem beruflichen Weiterkommen, mit allen möglichen Dingen, die uns wirklich weiterbringen. Tun wir aber nicht. Ein großer Teil unserer geistigen, intellektuellen Kapazitäten sind gebunden, denn wir beschäftigen uns permanent mit der Einhaltung dieser trivialen Regeln. Und mich hat es auch wieder an die Grundausbildung bei der Bundeswehr erinnert. Sofort, auch wenn sie schon lange her ist. Da gibt es das Ding, du kommst zur Bundeswehr und dann kriegst du so eine Feldmütze. Ja, diese kleine Kopfbedeckung, wer nicht beim Militär war, kennt das aber vom Sehen, die Feldmütze. Und dann gibt es eine Regel, eiserne Regel. In geschlossenen Räumen nimmst du die Kopfbedeckung ab, sobald du das Haus verlässt, also irgendetwas in der Kaserne, Kopfbedeckung aufsetzen. Ist nicht schwer. Der junge Rekrut in seiner ersten Woche vergisst das aber hundertmal und kriegt sofort auf den Deckel, wird angebrüllt und Kopfbedeckung auf und, und, und. Das wird einem so eintrainiert. Mag dann auch militärisch da ja alles Sinn ergeben, aber ich musste mich so zurückerinnern, weil als das mit der Maske anfing und ich dann immer überlegt habe, habe ich das jetzt dabei, jetzt muss ich sie aufsetzen, muss ich sie mir absetzen, habe ich echt überlegt, wann habe ich denn das letzte Mal so einen Zirkus erlebt. Das war damals mit dieser Feldmütze an und auf und da ging es auch nur darum, mit diesem Spiel, Disziplin erzeugen. Der Rekrut wird die ganze Zeit diszipliniert, die ganze Zeit geistig beschäftigt, sich an alle Regeln zu halten, das dringt praktisch in uns ein. Wir müssen uns ständig dieser Autorität unterwerfen. Und meiner Meinung nach geht es hier um nichts anderes. Und über die Masken, da kann man ja auch, wenn wir darüber mal darauf kommen, zum einen, du hattest das ja schon gesagt, Marc, wir haben eigentlich so ein Instinkt, wir wollen keinen Lappen vorm Mund. Das wollen wir nicht. Das löst Beklemmung aus. Also, ich will gar nicht über die körperlichen Folgen sprechen, das kannst du als Allgemeinmediziner wahrscheinlich besser, aber rein vom Empfinden erstmal, es ist bedrückend, und es löst Angst aus. Es nimmt uns ja auch die Mimik. Und wir wissen, Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation, läuft zum großen Teil nonverbal ab, über Mimik. So interagieren wir. Und den Menschen da diesen Mundbereich zu verdecken und jedes Lächeln unsichtbar zu machen, jede Mundwinkelbewegung beim Sprechen, all das, was ja Informationen, soziale Informationen, also Anknüpfungspunkte für Mitmenschen liefert, wegzustreichen, wie so ein Zensurbalken, das ist schon wirklich, muss man sagen, perfide. Das ist wirklich gut überlegt. Allein denn das führt zu so einer sozialen Vereinzelung. Man guckt nicht mehr in Gesichter, man guckt in gleichgeschaltete, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Ja, ja, ja. Ich denke mal, das ist halt die, das ist die größte Uniformierung, die man sich eigentlich so denken kann. Und natürlich ist das, meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung, in erster Linie ein, ja, das Unterwerfungstool, par excellence. und, ja, jetzt wollte ich noch etwas anderes sagen, das habe ich gerade im Faden verloren. Ja, das macht nichts, weil ich, ich habe noch was zu sagen und wenn es dir wieder einfällt, hackst du ein. Das glaube ich dir, das glaube ich dir, dass du noch was zu sagen hast. Zu den Masken. Ja, man kann das ja auch mal unter diesem Gesichtspunkt sehen, also ich habe ja auch ein großes historisches Interesse, ein kulturwissenschaftliches Interesse, wer jetzt vielleicht meinen Kanal noch nicht kennt, für den ist das neu, wer den kennt und meine Sendung weiß das. Und Masken, wenn wir mal schauen, die sind ja jetzt nicht nur in diesem, existieren nicht nur in diesem medizinischen Kontext. Masken sind so alt wie die menschliche Kultur und Masken stammen eigentlich eher aus einem kultischen Kontext. Ja, es gibt, ja, Geistermasken, dass das frühe Theater, das griechische Theater, da haben die Schauspieler Masken getragen, es gibt die Karnevalsmasken, da darf man auch nicht vergessen, da geht es nicht um Konfetti werfen, sondern eigentlich sind das alles kultische Feste. Und es ging immer darum, dass der Maskenträger, was auch immer man dann so, ich für eine Maske träge, eine schamanische Maske, eine Vogelmaske, eine Geistermaske, letztlich mit einer gewissen Kraft sich verbindet, mit einer Wesenheit, Verschmilzt, ja, im Schauspiel, so entstand dann auch aus diesen religiösen Festen, das Theater, das könnt ihr mal nachforschen, der Schauspieler, der dann die Maske trägt, der verschmilzt sozusagen mit etwas. Und das ist auch ein psychologischer Effekt, dass man sich dann durch diese Identifikation mit etwas verbindet. Und ohne, dass man das will, gibt es diese Wechselwirkung zwischen dem, was man wirklich ist und dann dieser Maske. Und auch unser Wort Person kommt ja vom Griechisch, persona bedeutet auch Maske. Also Masken haben wirklich eine philosophische Dimension. Und worauf ich hinaus möchte, ist einfach dieser Umstand, wenn wir als Kollektiv und wie du es schon gesagt hast, in dieser Massenuniformierung diese Maske tragen, mit was verbinden wir uns dort unbewusst? Mit welchen Urbildern, mit welchen Archetypen, was ist das eigentlich, was da mit uns gemacht wird? Und verbinden wir uns auch mit so einem Zustand des Krankseins? Das sind ja auch so diese medizinischen Masken. Mich erinnert das dann auch immer daran, ja, wenn alle eine Maske tragen, dann scheinen wir ja alle krank zu sein. Das ist eine interessante Idee. Also der erste Archetyp ist natürlich, zwei ganz pragmatische, das haben wir auch schon gesagt, ist natürlich einerseits das Verbinden mit der Unterwerfung, also es ist mit der Unterwerfungsqualität und das andere ist schlichtweg einfach, ich gehöre zu denen, also es ist eine Uniformierung, ich gehöre zu der, es ist eine Gleichmachung, also wir werden, die Leute werden alle irgendwie gleich gemacht dadurch und gehören natürlich dann auch dazu, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich ohne Maske irgendwo bin, also man ist immer der Exot, also du gehörst einfach nicht mehr dazu. So und das andere ist aber ein interessanter Gedanke, mit dem, ob man sich vielleicht mit dem Thema Krankheit, also mit der Idee des Krankseins oder Krankwerdens oder mit der Idee der Anfälligkeit, nicht, so als der Angreifbarkeit, des Schwachseins und so weiter identifiziert oder vielleicht auch dann wieder mit dem Archetyp des Gutmenschens, weil ich trage die ja, weil es geht ja vielleicht gar nicht um mich, sondern um die anderen, nicht, also ich bin der Gute, ich gehöre mit zu den Guten, aber die Idee mit dem, das ist auch irgendwo was, das ist im Grunde diese Ängstlichkeit natürlich fördert, bei, also zumindest bei den ängstlichen Menschen, ja unbedingt. Es ist auch, wie gesagt, also kulturgeschichtlich sind Massenkultgegenstände und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das ist doch hier, ist doch jetzt nicht kultisch, das sind irgendwelche, die einen würden jetzt sagen, ganz wichtige Hygienemaßnahmen, wir würden wahrscheinlich eher sagen, es handelt sich um Machttechniken, aber trotzdem müssen wir uns auch dort fragen, inwiefern haben diese, diese Masseninszenierung kultischen Charakter und da muss man jetzt gar nicht verschwörungstheoretisch und tief okkultistisch werden, denken wir nur an den Nationalsozialismus, auch deren Massenaufmärsche und alles, was wir da gucken, also wenn wir jetzt so diese Leni-Riefenstahl-Filme uns angucken, was man da sieht, auch das waren kultische Inszenierung und es ist nichts ungewöhnlich, jedes politische System hat seine Kulte, die auch immer in einem gewissen Sinn religiös angehaucht sind, ja, auch wenn es verdeckt ist, so dass, ja, aber da kann man sich ja ganz, also man kann das jetzt noch ausarbeiten, aber letzten Endes ist es, es mündet meiner Meinung nach einfach darin, es ist ein Uniformitätsinstrument, es ist ein Machtinstrument, es ist ein Unterwerfungsritus, so, ne, also das sind glaube ich die Kernelemente, so ganz pragmatisch, ne, absolut, du hast es super auf den Punkt gebracht, meine Ausführung wieder geerdet, aber da stimme ich dir natürlich absolut zu, darum geht es erstmal jetzt primär, das andere sind so weitere Überlegungen, die ich mir mache und die vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken anregen, aber im Kern ist es das, es ist diese Uniformierung und ich finde es ja auch so interessant auf der politischen Ebene oder geschichtlich, ja, dann denke ich immer so, Ende der 80er, als der Ostblock zusammenbrach, also dieser real existierende Sozialismus, der hat ja das chinesische System überlebt und die haben kapitalistische und damit auch neoliberalistische Elemente integriert, die haben seitdem ja ein Herrschaftssystem, was so eine Mischform darstellt, aus Sozialismus und Neoliberalismus, jetzt kann man auch wieder darüber streiten, wie es gewichtet ist, jetzt ist China, aber die Weltmacht von morgen ist auf diesem Vormarsch, wir erleben gerade in der großen Weltpolitik eigentlich diese Verschiebung, USA und China, die Machtblöcke gleichen sich so an und es gibt diese interessante Tendenz jetzt im Westen, in Europa und in den USA, dass wir, die ja so eine kapitalistisch-neoliberale Wirtschaftsordnung haben, aber so sozialistische Elemente mehr und mehr integrieren, also zumindest beobachte ich das und ich habe das Gefühl, dass dort ganz neue Herrschaftsstrukturen geschaffen werden und es ist so ein Neoliberalismus ganz oben und aber für die breiten Massen mehr und mehr, ich sage mal, sozialistische Lebensverhältnisse, wie schätzt du das ein? Entschuldigung, ja, genau, ja, dem würde ich mich deutlich anschließen, das sehe ich ähnlich, jetzt muss man natürlich so ein bisschen hier gucken, ja, aber ich kann schon so sagen, also ich sehe, dass, also Leute, die da tiefer reingucken, die sehen das ja auch, die sozialistischen Anwandlungen und dass die Parteienlandschaft für meinen Geschmack ja völlig ausgehöhlt ist, weil die Hintergrundstruktur oder die Hintergrundideen, das wissen wir eigentlich seit dem Ende der 90er, mit den Grünen, wie es tickt, das ist nur noch Anstrichfarbe, mehr ist das nicht, und ja, es ist eine unselige Mischung, weil diese, diese Alarm ausfällt, dieser Neoliberalismus, also ich habe auch erst in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie so richtig kapiert, sage ich mal so, ich meine kapiert zu haben, also was jetzt wirklich die Wahrheit ist, das ist ja auch mal eine Frage, aber an irgendwas muss man sich ja orientieren und ich finde das einerseits erschreckend, andererseits finde ich es aber auch natürlich hilfreich, wenn man dem so ins Auge guckt, aber die Perspektive ist, naja, bedingt, ich möchte an dieser Stelle einfach mal eins einfließen, darf ich mal kurz auf mein Buch kurz mal einen Hinweis geben, weil wir gerade bei China waren. Ja, natürlich, natürlich. Also ich habe ja, weil wir gerade bei China waren, weil ich habe ja im März vor einem Jahr, ich sage es einfach mal, es ist auch Jubiläum, das passt ja vielleicht auch rein, ich habe ja das Buch geschrieben, das habe ich vor einem Jahr begonnen und zwar aus diesen Ereignissen heraus, die, wir wissen das, der März war ja, ging es ja hoch her, da sind die, Leute haben geklickt, die Videos sind in die, in die Höhe gesprochen, Corona-Counter, dann hast du dieses Buch und da geht es ja letztendlich, wir haben das ja erlebt, das Ganze hat ja auch in China gestartet und es ist viel von diesen Sachen darin verwurstet, die letzten Endes auch so im Hintergrund sind oder im Hintergrund zu sein scheinen und was das Ende betrifft, da kann man sich dann, da gibt es ja noch zwei Epiloge sozusagen und ja, es ist so von der Atmosphäre dann, es gibt auch ein positives Ende, es gibt aber auch zwei etwas düstere, da ist so vom Gefühl, das war mir damals auch schon so klar, also dass da diese, also dieser, dieser, ja, wie sag mal sagen, dieser, vielleicht etwas überspitze, sozialistische Touch oder diese Atmosphäre, die ist da auch schon dann, dann am Ende auch mit eingebaut und ich muss sagen, ich bin im Alltag im Moment, ich, vielleicht, weil ich, weil ich das jetzt so fokussiere, ich weiß es nicht, aber mir springt genau das auch im Alltag einfach, einfach ins Auge, immer mehr, also das ist wirklich so eine allgemeingesellschaftliche Veränderung, also ich kann da auch nicht mehr weggucken, das ist wieder rote, blaue, rote Pille, blaue Pille, so irgendwie, es ist, es ist nicht leichter geworden, aber es gibt gar keinen anderen Weg, also ich sehe das so, nicht und wir, das ist ja immer die Frage, was nun, das ist ja immer letzten Endes, das bleibt ja auch immer übrig, auch wenn wir jetzt dieses Video machen, was denn nun, ja, was sollen wir denn dann tun, nicht und ich glaube, an erster Stelle steht aber wirklich tatsächlich, einfach hingucken, es nützt nichts, wir müssen hingucken und das bleibt glaube ich keinem erspart, also wir müssen es irgendwie tun, wir müssen wirklich wahrnehmen, was wirklich läuft, ne, und dann ist Kreativität gefragt und wir müssen uns überlegen, wie wollen wir dann eigentlich leben, wie kann das denn eigentlich gehen und dann sind wir wieder bei kollektiven Geschichten, ich glaube, wenn mehr Menschen das einfach machen, dann hat das eine kollektive, wenn wir im morphogenetischen Feld und so weiter, dann hat das auch wieder eine Kraft, die wir, die wir machen können, aber das wäre jetzt wieder, wahrscheinlich wieder ab und völlig das neues Thema, wo ist die Hypnose, was ist die Massenhypnose, was ist eine spirituelle, ein spirituelles Erwachen mit einer bewussten Ausrichtung auf eine gute Vision, auf eine gute Zukunft, auf eine Qualität, also Qualitäten auch, also konkrete Dinge auch, wie, was ist das, was ist das, wo, auf welcher Ebene sind wir eigentlich, so, und da sind wir einfach gefordert, so. Ja, absolut, es ist eine Zeit, die uns zum besonderen Wahrnehmen auch zwingt und dieses auf sich zurückgeworfen werden, über das wir auch vorhin gesprochen haben, was dann bei vielen Menschen, ich sage mal, zu einer depressiven Dynamik führt und zu so Selbstvorwürfen und Schuld, das kann man aber auch gesund leben, das kann auch eine Selbstversorgung, also man kann es auch versuchen, als Selbstreflexionszeit, als Selbstfindungszeit, als kreative Zeit zu nutzen, nur das ist sehr schwer, da muss man dann erst mal ins Handeln kommen, da muss man auch über Ressourcen verfügen, um das zu können, und unter Umständen kann man es nicht alleine, also vielleicht ist es auch gerade in dieser Zeit wichtig, Selbsthilfegruppe ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sage mal, therapeutische Gruppen aufzubauen, ins Leben zu rufen, in solche Richtungen zu gehen, sich neu zu versetzen, auch dieser Vereinzelung, einfach neue soziale Netzwerke entgegenzusetzen, ich meine, wir beide hätten uns jetzt ohne diese ganze Bazillengeschichte ja auch wahrscheinlich nicht in dieser Form kennengelernt, also es ist auch interessant, welche Effekte es dann auch gibt, ganz neue Menschen finden zusammen, lernen sich kennen, haben eine gemeinsame Ebene, also die Krise birgt auch viele Chancen, nur man muss ins Handeln kommen, das ist wichtig, ohne das Machen, ohne den Faktor der Aktivität, keine Chance. Genau, ich kenne auch so einige Leute, die, ich sage mal, auch im Untergrund, ohne da jetzt natürlich konkrete Dinge zu nennen, aktiv sind und kooperieren und Dinge tun und aber auch, wie sagt man, Untergrund, Übergrund, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil von Untergrund ist, ja offiziell oder Oberfläche, an der Oberfläche, an der Sichtbarkeit genau und natürlich auch tun und ja und aber ich denke persönlich und das klingt, das soll jetzt nicht so platt klingen, aber Corona schmeißt uns einfach oder das Narrativ oder das Phänomen, nennen wir es mal so, Corinna habe ich es ja im März getauft in meinen ersten Videos, wirft uns einfach auf uns selbst zurück und habe das Gefühl, das bringt jeden so in seinem eigenen Saft irgendwie aus und und holt irgendwie so das raus, weil jeder hat ja so ein bisschen andere Resonanz, auch wenn es natürlich die archetypischen, also die Dominanz und die Unterwerfung und die Macht und die Ohnmacht und diese Dinge gibt, handeln können, nicht handeln können, aber jeder hat sein eigenes Thema und ja Ja, ich würde sagen, das waren doch jetzt langsam schöne Abschlussworte, ich glaube, wir haben auch ganz gut, wir haben das Biedermann-Protokoll gut durchgesprochen, gut interpretiert, kommentiert und wie gesagt, liebe Zuschauer, sowohl auf meinem Kanal als auch auf Marx' Kanal, schreibt Kommentare, regt einen Diskurs zu diesen Themen an, schreibt eure Gedanken, eure Erkenntnisse, eure Hintergrundinformationen und so weiter und so fort, lasst diese ganze Sache lebendig werden, wie gesagt, die Richtung heißt Machen, Aktivität und Vernetzung und ja, was lässt sich sonst noch sagen, so in Eigenwerbung, wie gesagt, alle, die das auf meinem Kanal hier gesehen haben, bitte schaut euch den Kanal von Marc an, abonniert ihn auch, auch er braucht Unterstützung, er hat viele sehr interessante Videos, ich habe mir da auch viel angeschaut, schätze ihn nicht nur als behandelnden Arzt und sondern auch für seine Aufklärungsarbeit, ja, die Leute, die das auf deinem Kanal hier sehen, kann ich auch sagen, ihr seid herzlich eingeladen, schaut mal bei mir vorbei, da findet ihr viele historische Sendungen, aber ich habe auch so ein paar Sachen zur Hypnotherapie und Psychotherapie in Arbeit, das wird zeitnah erscheinen, also ich glaube, da gibt es viele bereichernde Inhalte bei uns beiden zu sehen, für unser Publikum. Ja, ich denke auch, guckt bei Maurice rein, das ist ein kreativer Kopf, der auch auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs ist und ja, ich fand das auch spannend, dass wir das jetzt heute hier gemacht haben, wer weiß, vielleicht gibt es sich nochmal ein anderes Projekt zum anderen Thema, das können wir dann einfach gucken, und einfach nochmal, nur kurz nochmal in Sachen in Eigenwerbung, das Buch Corona Countdown ist, die haben schon viele Leute gekauft, es ist kurzweilig und da ist eben auch vieles eingebaut, was, naja, was im Hintergrund so einfach läuft und sogar MKUltra kommt schon drin vor und das war schon im März letzten Jahres, aber MKUltra habe ich, MKUltra habe ich aber 2019 schon, was heißt schon, kennengelernt. Bevor wir jetzt ganz abhauen, noch eine letzte Sache, wo du jetzt schon dein tolles Buch gezeigt hast und wie gesagt, auch ich gebe die Leseempfehlung ab, wir haben ja auch noch zwei andere Bücher, die wir empfehlen wollen, die jetzt nicht, und zwar empfehle ich eins und Mark empfiehlt eins, das Buch, was ich empfehle, das ist dieses Buch, ja, Warum schweigen die Lämmer und zwar, das ist von Rainer Mausfeld und da geht es wirklich um ganz viele Dinge, über die wir heute gesprochen haben, über diese neoliberalen Machtstrukturen und diese Herrschaftstechniken und ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Auf meinem Kanal auf jeden Fall, aber das müssen wir schauen, ob wir es bei Mark auch einbauen, bei mir wird es auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung Links zu den Büchern geben, wo ihr die kaufen könnt und wenn du möchtest, bauen wir das bei dir auch mit rein, dass ihr dann auch, wenn ihr daran Interesse habt, die dann auch gleich irgendwo beziehen könnt. Aber du hast ja auch noch ein Buch, was du vorstellen möchtest. Ja, ich mache es kurz. Zwei, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, habe ich auch schon mal in meinen Videos vorgestellt. Das eine ist, das Propaganda von Edward Bernays, das war der Enkel von Freud, in den USA entstanden, in den 20er Jahren, des 20. Jahrhunderts und da geht es wirklich um das, also Propaganda hat man damals noch sagen dürfen, das ist der Vorläufer, was man später einfach in Public Relations umgetauft hat, weil das nicht so anstößig ist. Es stand auch schon bei Goebbels im Buch, aber das wusste keiner und darum geht es ja auch nicht. Also man wird hier, erkennt hier, wie, was Propaganda eigentlich wirklich ist. Das infiltriert alle gesellschaftlichen Kanäle. Das habe ich vorher nicht gedacht, das war mir nicht klar. Da kann die Tupper-Party zugehören und es gibt nichts, was nicht eingebaut wird. Also Propaganda ist eine Langfrist-Stadtregie. Das ist nicht wie Werbung, wo du ein Plakat machst für irgendwas, sondern Propaganda ist wie eine Krake sozusagen mit seinen Armen, geht das durch alle Gesellschaftlichkeiten. Das ist sehr spannend. Und das andere ist auch ein Klassiker von Gustave Lebon, Psychologie der Massen, wenn man einfach verstehen will, was die Psychologie der Herde, sag ich mal so, der Masse, eine andere ist, als die Einzelpsychologie. Also ist auch sehr erhellend, erweckend, lohnt sich auf alle Fälle. Ja, also Gustave Lebon, Psychologie der Massen, habe ich auch schon vor Jahren gelesen. Ist auch eine, man weiß, Hitler hat das gelesen, Lenin hat das gelesen, das weiß man. Und es ist ein interessantes Buch, ich glaube, es ist von 1905. Und was der Lebon dort auch beschreibt, sind diese ganzen Mechanismen, wie in der Masse, in diesem Kollektiv, dann auch bei den Menschen so gewisse Hemmungen fallen, sei das jetzt in Bezug auf Aggressionen oder Ängste. Also so diese Massenphänomene, wie man sich dann so als Masse fällt und steuerbar ist. Und genau das, worüber wir heute gesprochen haben, durch die erst Individualisierung und dann Kollektivierung, Zusammenschließung zur Masse und wie so eine Masse dann funktioniert, das hat Lebon schon 1905 wunderbar beschrieben. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, sage ich liebe Freunde, liebe Zuschauer, ich hoffe bis bald. Und lieber Marc, es war mir eine Ehre, das heute zu machen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank einfach nur. Ja, dank dir auch. Und bleibt am Ball und verliert nicht den Mut. Alles klar. Tschüss liebe Leute. Gut. Tschüss.